Mein Name ist Albert Paner. Ich habe in Bolivien mit der Kolonie Sommerfeld abgeworfen, weil wir trattieren. Ich habe zwei Pferden hängen mit der Mama in der Stau abgeworfen. Denn es wäre immer so blöd, ich würde nicht so leicht tun, ob ich Kängerspieler oder Freunden mache. Das wäre ein sehr schönes Ding für mich. Sommerfeld in Bolivien, ich weiß nicht, aber ich finde, wie er kennt, aber wir sind aber auch anders, als der andere Sommerfeld, als ich hier in Bolivien angehiert habe. Wir sind Wiederträger, ich weiß nicht. Die leckten sich nur mit den Ölknüern. Wenn ich denke, wenn ich nicht so groß bin, ich würde gerne sein, weil der ist auch anders. Die Ölknüer haben ja praktisch auf Isaräde, in der Sommerfeld haben wir auch gemacht. Und vielleicht eine kleine Unterschiede, wenn ich sich antrage, aber ebenso, das sei ja, habe ich reingebracht. So, ja, wenn ich abwass, ich möchte, mein Vater hat färten Träbel mit der Prediger, habe ich gemeint, der gleich, er wird zur Besite gehen, das ist das einzige Mal, was ich sage. weil, ich will, ich will eine lange Mäbel haben, ich soll nicht eine Orme haben, eine Orme haben, und eine bunte Show, dort gleich ich mir da auch haben. Und dann, ich denke dann, dann, dann würde sie den mal belehren, aber das war eigentlich immer aber groß, der würde niemals hankommen, mal mit dem reden, und so weiter. Ich meine, habe ich abgewassen, das ist dort, habe ich abgewassen, wie okay, eine Orme, eine Orme haben, eine Show, das wir nicht so nehmen, oder, lange mehr, das wir nicht so nehmen. so, ja, dann, die, die wird nicht, nicht gilt, dass die, ah, ich will vielleicht nicht sagen, sei nicht gilt, aber die wurde dann, die Kinder sollen sich, mit Frauen, befrieren. Und kurze nie, die wäre, auf jeden Fall dieses Menschen, der die Zeit, wo wir die Wachtrag. und die wäre zwei Familien, wo nicht Freundschaften mit uns. Und, eigentlich, ein paar Lieder werden, wo uns alle wäre, wo wir uns befreen, wo wir uns befreuen, wo wir uns befrieren. So, ich sage etwa etwas anderes, und, wenn mein älter Sass, dass ich wohl befrieren, ich habe die Junge von der Ölkne, aber ich habe auch ein, Ich glaube, er hat sich irgendwo in der Stadt getroffen und dann hat er ein neues Angebot und er hat ein neues Angebot, das ist mein schwerer Bediener mit Tofe und sie können sich dann nur befrieren. Und ich glaube, das war das erste Mal das Evangelium, dass wir uns an Jesus annehmen und am Horten ankrelen und am Verarmleben. Dann sag ich mir mal noch, wenn es bei der Sommerfalle so interessant war, dann fahre ich alle verschiedene Regeln. Wenn das alle meine Eltern nicht mehr damit an, dann sag ich mir, man hat sich einiges über den Vertrag. Und dann fragten wir, dass wir auch die Sommerfalle über die Käme von Paraguay. Das ist die Sommerfalle, wo wir wohnten. Die Käme von Mexiko. Und die andere Klinik, die wir da haben, trafen, dass wir Paraguay-Sommerfalle. Und meine Eltern probten, du bitte kommen, das hoffe ich. Und dann sagten sie wieder. Dann trafen wir noch wieder am Nürn an eine Klinik, die heißt Las Palmas, der einzige würde da gehen bis San Ramon. Und du hast keine Chance, meine Eltern, du würde da gehen. Dann fangen wir an, du hast dich bei uns ein Stadt, wie wir ein Missionare-Lied, wo wir die Weibelsladung haben, um zehn Achtelagfeier gehen. Und dann fangen wir von La Crete, Alberta. Und dann fangen wir an. Und dann haben wir uns verdammt. Dann fangen wir an. Und du hast einmal der Visewitte. Und wir fangen dann an, 100 Kilometer von uns auf, in der Türke, fangen wir an. Und dann waren wir alle sich einig, wenn du dich bei der Hand trafst. Und da war ich ein Gruz, wie ich die Hand trafst. Da war wieder mal ein Pastor, auch von Ontario. Da war ich eigentlich den Namen, würde ich ein Evangelist sagen. Da war Nils, der der die Obenversammlung aufhält. Und dann fanden wir an. Und dann fangen wir an, zwei oder drei Hohnen, dann fangen wir an. 100 Kilometer wieder da. Und dann... Und dann... Und dann... Dann fangen wir an. Und dann redet es sehr streng. Hey, wer sich mal bekehre, aber wer wird, weil jetzt ohnehin soll es nur verkaufen. Nur, wie wir es gelernt haben. Wir wollten noch spannen, wie Mario war. Jelena hat Honten, wenn Mario bekehre. Aber da wurde, somit seht ihr dort, wo ich glaube, wo mir brabehaft vorstehe. Die seht dort, was fleißte Sperr aus, die ne feizte ein Faust, aber nimm bloß den ersten Schrepp. Und ich bin der Faust, so ich kann nicht tun. Und den Hund beim Hüß vor, dann ich schmierke, ich kann nicht sagen, aber ich schmierke, ich hör noch mal ein Brink hier in der Uhr, dann beim Hüß vor, dann schmierke ich mir ein paar Zigaretten zum Kanzler rüten. Und ich habe immer mehr geschmiert von der Hand. Und ich sage immer, ich habe zwei Jahre geschmiert, aber ich habe zwei Jahre zu fehl. und ich sage, ich habe zwei Jahre mit meinem Lauf von der Hand. Und das war viel besser. Ja, das war noch besser, wohnsbeter. Ja, und und dann und den 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 der die Aber wenn es die Lieder dort nicht wirklich, dann haben wir Frasch abzahlen. So, ich kann dort verschlafen, ich kann einen langen Tee, keine Drehung ohne und ab und auf und so. Und ja, das ist eine Geschichte, von wo ich mich hier habe. Und wie will ich mich vertellen von dir? Wie wäre es heute weekend in Ontario, in Limiton, Ontario, da hat man ein Manns-Conference, oder was ich mit der anderen Seite. Ja, das sagt Fishing Friends mit Jesus, oder für Jesus. Und ich fand mich ein bisschen los, dass ich mich eingebautet habe, dass ich mich in die Hand vor habe. Aber ich habe gehört, nach ein paar anderen Leute, die ich mich sehr begeistert habe, und das ging auch schon in die Hand vor. So, eine kleine Erfahrung wurde ich durch. Aber ich soll gleich nicht sagen, eine kleine, wie eine Grote. Aber das ist ein, ich weiß nicht, ist das der erste O-N-Beer in 2012, aber dann hörte ich fast die Leute von, Lord, I need you. Und ich habe gehört, wann einer hat einen guten Tag geholt, oder einen abusive Führer geholt, oder was auch immer, wann einer abwas, wann einer ist groß, oder wann einer Gottkern liebt, einer sei vierten Sett einer Gott, aus einer sein Führer Sett. Und dann hörte ich, ich war ganz emotional, und meine Träume in der Hand von der Barke auf, und ich wollte nicht alles mit dem Leute singen, und dann, wie mein Dad in der Ferne war, die Gune, und als er trägt hat, dann kriegte ich mich so ab, und ich sagte, Gott, und ich sagte, Gott sei Dank für mein Führer, und Gott hat uns aufgelehrt, wird hier. Dankeschön. Applaus